Ihr müsst mir ganz kurz helfen, ja? Ich brauche jetzt einmal kurz eure Meinung. Passt auf, Chat. Ich habe ein Lied gefunden, okay? Von den Black Eyed Peas. Und ich bin der Meinung, ich kann das Lied 1 zu 1 nachsingen. Okay, da gibt es eine Stelle im Lied und ich sage, also ich bin der Meinung, dass ich das 1 zu 1 nachmachen kann, okay? Ihr müsst mir jetzt gleich sagen, ob es 1 zu 1 ist oder ob ihr einen Unterschied hört. Das hier, okay? Hört hin. Ich mache dann gleich, nachdem ich gestoppt habe, selber nach. Danke. Nochmal. Ich habe gerade verkackt, meine Stimme war gerade zu rau. Danke. Seid ehrlich, 1 zu 1. 3 im Chat, wenn es sich komplett gleich anhört. 3, wer gerade absolut keinen Unterschied gehört hat. 3, wer sagt, Bruder, warum spielst du die Stelle immer wieder gleich ab? Ich muss euch enttäuschen, Chat. Das war ich selbst. Das ist aber ein Banger, Chat. Fügt ihr das Lied? Ich habe keine Drogen genommen, ich habe auch kein Alkohol getrunken, Chat. Im Gegenteil, eigentlich habe ich einen Kater, Digga. Ich habe heute Nacht ein bisschen was getrunken. Und wenn es nicht nur kurz ist, ich habe es jetzt .